Guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören eine Sonderdurchsage der Polizei. Das Bundeskriminalamt gibt Ihnen Gelegenheit, Gespräche der an dem Morgen in Köln und der Entführung des Dr. Schleyer beteiligten Terroristen zu hören und bittet um Ihre Unterstützung. Hören Sie sich bitte die jetzt folgenden Stimmen in Ruhe an und achten Sie besonders auf die Eigenarten des Tonfalls, der Ausdrucksweise und der Sprachwärmung. Aufzeichnung 1 Aufzeichnung 2 Aufzeichnung 3 Hallo, wer spricht das Binnen? Ah ja, wir sind leider eben unterbrochen worden und Sie hatten den Text jetzt richtig los, wenn Sie vergehenden Zeit erfahren, das ist unterschrieben mit Kommandum 6.000 und direkt das Datum 12.967. Aufzeichnung 4 Aufzeichnung 4 Aufzeichnung 4 Aufzeichnung 4 Aufzeichnung 4 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihre Mitteilungen werden auf Wunsch vertraulich behandelt Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit Ende der Durchsage Oh! No Sacrifice!